Hallo, ihr Freunde. Willkommen zum Pleasure Gaming Kanal von Don Rico Fierabiertz. Ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich. Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Aber es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Ihr Geist. Wohra. Ah, schön, dass ihr zwei euch meldet. Wir haben genug von Rot-Legion-Patrouillen und Überfällen der Gefallenen. Wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Versuch ein Kommunikations-Terminal der Gefallenen aufzuspüren. Dave hat eine Idee, die gerade verrückt genug sein könnte. Ah, die Jugend erkennt sich nicht weiter aus der Erfahrung. Was sind die Token, die wir hier einsammeln gehen? Oh! 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 Wo hängen wir? 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 Greife auf einen gefallenen Terminal zu. Wo hängen wir? Wo hängt wir? Wo ist das? Wo hängt er? Wo hängt er? Jaa, uah, jaa, fighte! Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, da hinten? Du Sau! Du Dreck-Sau! Was ist das da? Da hat's ja irgendein Terminal. Hervorragend. Was hältst du davon, wenn du mit deinem Zugang eine Übertragung in der Sprache an Gefallenen vorbereitest? Dann hat dieser Kabal-Kommunikationscode endlich einen Nutzen. Die Rot-Legion bekämpft ausnahmsweise mal die Gefallenen? Tolle Idee! Ich kann archivierte Audioübertragungen jeglicher Gefallenen in der Region extrahieren. Das war's für heute. Was ist da überall? Oh! Nein! 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 Das ist ein Champagner zum Griff. Jetzt auch nicht. Nein, nein! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.